Sarah Ginwollny, 23, ist noch immer verliebt wie am ersten Tag. Sie und ihr Freund Tino Schnassri lernten sich in den sozialen Medien kennen und verliebten sich ineinander. Die Beziehung hielt die TV-Bekanntheit jedoch über ein Jahr geheim und postet auch heute noch eher selten Pärchenfotos. Jetzt teilte sie aber einen besonderen Moment mit ihrer Community, Sarah Gin und Tino Schnassri sind schon seit zwei Jahren zusammen. In ihrer Instagram-Story entschuldigte sich die 23-Jährige dafür, dass sie sich einen Tag nicht bei ihren Fans gemeldet hat, bringt aber einen guten Grund dafür vor. Wir hatten Jahrestag. Seit gestern sind wir zwei Jahre zusammen. Den Tag hätten die Toteltauben deshalb einfach für sich genossen. Die Handys haben wir mal beiseite gelegt, berichtete sie. Auch Tinuschs Überraschung für sie zeigte Sarah Gin. Auf das Bett hatte er mit Rosenblättern eine Liebeserklärung gelegt. Außerdem gab es von ihrem Partner noch Süßigkeiten, eine Herzchenkette und ein dazu passendes Armband zu dem besonderen Anlass. Um seinen Jahrestag bestmöglich zelebrieren zu können, ist das Paar sogar extra in den Urlaub gefahren. Die beiden verbringen die Zeit auf Fuerteventura und genießen die Sonne am Pool. Wir haben uns auch schon richtig verbannt, klagte Sarah Gin allerdings. Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an. Tipps at Promiflash D T D D D D D D D D D Untertitelung des ZDF, 2020